So, Shanghai, 19.07.2011, 21 Uhr. Vorhin war ich auf dem Financial Center, das ist der höchste Turm in Shanghai. Mal kurz. Und hat eine Aussichtsplattform auf 474 Metern, das ist die höchste der Welt. Mit einem Glasboden, das war echt beeindruckend, leider war die Sicht scheiße. Aber vielleicht brauche ich da nochmal hin, weil es war nicht so weit weg und auch ganz günstig mit einem Taxi. Zu meinem Bad, wer rasiert, verliert, machen gerade alle so bei uns im Team. Zu den Wettkämpfen werden sich aber alle, und ich möchte natürlich auch, rasieren. Morgen ist mein letzter Feiertag vor der Weltmeisterschaft, die am Sonntag losgeht. Und den werde ich morgen nochmal genießen. Morgen Abend fahren wir ins Jugendcamp vom DSV, da mal Hallo sagen. Aber genau, so schaut's aus. Bis dann.